Das Journal du Jura, das Bildertagblatt, durch Radio Canal 3 und Canal 3 und Telebilang zusammen heisst jetzt Ajour. Die digitale Plattform hat zum Ziel, die Region auf dem Laufenden zu halten. Mit Artikeln, Interviews und Videos. Eine neue Multimedia-Erfahrung für Nutzerinnen und Nutzer. Für uns ist das sehr, sehr wichtig, weil bis jetzt alle vier Medien in ihr Medium hineingeschafft haben. Jetzt haben wir dadurch eine gemeinsame Plattform bekommen, wo alle unsere Produkte, alle unsere Journalisten ihre Produkte veröffentlichen können. Das hilft natürlich, zusammenzuwachsen. Für drei Monate ist Ajour gratis. Dann kostet das Abo 20 Franken pro Monat. Der Zugang zu den Audios von Canal 3 und den Videos von Telebilang ist weiterhin gratis. Sie sind teilweise durch Gebühren finanziert. Die App will ein neues Publikum ansprechen. Wir wollen auch ganz gezielt ein junges Publikum mit dieser App ansprechen, die dort auf dieser Plattform, auf dem Smartphone oder auf der normalen Website ganz viele Geschichten aus der Region finden. Mit neuen Online-Abonnenten möchten die Gassmann-Medien vor allem die Werbeverluste von den Printmedien von 70% in 10 Jahren und minus 3% Abos pro Jahr und den langsamen Rückgang der Abonnements ausgleichen. Vielen Dank. Vielen Dank.